Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Neue Limited Editions in der Drogerie. Ich fasse es nicht, hier kommt gerade jeden Tag eine neue Limited Edition an oder ich finde jeden Tag irgendeine Limited Edition in der Drogerie. Die Weihnachtszeit ist die Hochkonjunktur der Limited Editions und ich habe heute die Frosty Poem LE von Rival Loves Me. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass es gerade mehrere LEs parallel gibt. Wir werden sie testen, eine nach der anderen. Heute starten wir aber mit diesem Schätzchen und ich bin sehr gespannt und hoffe es geht euch gut und ich hoffe ihr habt darauf Lust, denn ich freue mich richtig drauf. Freunde, wie ist es? Was ist los? Ich komme nicht mehr hinterher. Wir haben sehr, sehr viele spannende Produkte hier heute. Wir haben Pinsel, wir haben Lidschatten, wir haben Liquid Liner, wir haben Lipglosse und wir haben ein Produkt. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Wir probieren das Ganze aber aus und wir verlieren gar keine Zeit und hüpfen direkt ins Video. Freunde, ich habe schon meine Base drauf, ich habe so ein paar TikToks gedreht. Ich will jetzt aber wirklich keine Zeit verlieren, denn wir haben spannende Produkte. Unter anderem einmal diesen Pinsel. Ich packe ihn einmal kurz aus, einfach nur um ihn anzufassen. Der kommt mit einem sehr, sehr dicken Pinselstab und er ist auch mit so Glitzersternchen mit drin. Die Tatsache, genauso aussehen wie der Nagellack. Also wirklich eins zu eins dieselben Sternchen. Hier ist noch ein bisschen Gold mit drin. Die Pinselhaare sind oben ein bisschen blauer. Ihr könnt damit bestimmt sehr, sehr gut Foundation auftragen. Ich packe den für euch in eine Verlosung. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich habe jetzt schon meine Base drauf gemacht. Die Riva Love's Me Pinsel sind wirklich für den Preis phänomenal gut. Und sie haben immer recht spannende Designs. Und wenn ihr wirklich darauf steht, so ein paar buntere Pinsel zu haben oder spannendere Texturen zu haben an Haaren und Formen und Farben, dann könnte das auf jeden Fall was für euch sein. Packaging ist wie immer sehr, sehr clean. Das muss ich sagen, die Mädels bei Riva Love's Me sind echt krass, was das Design angeht. Das sieht alles immer unglaublich schön aus. Ich habe jetzt den Aufsteller selber noch nicht gesehen, aber es ist alles farblich so ein bisschen angepasst und gibt mir so einen richtig schönen Frosty Vibes. Die LE heißt auch Frosty Poem und wir haben noch drei Glitter Liner. Die gab es ja schon mal, aber ich glaube, das sind neue Farben außer der goldene. Den gab es, glaube ich, schon mal. Wir haben ihn in der Farbe Frosty Blue, in der Farbe Gold und in der Farbe Silver. Bei Silver sind aber noch so ein paar andere Strukturen mit drin. Ein bisschen blausig, ein bisschen rot, ein bisschen grün, also so ein bisschen irrisierend. Sehr, sehr spannend. Was ich damit mache oder nicht so gerne mag ist, ich bin ja nicht die Eyeliner-Maus, ne? Vor allen Dingen nicht mit Liquid-Linern, die so mit so einer kleinen Spitze kommen. Das funktioniert. Man muss ein, zwei Schichten mehr machen. Was ich damit liebend gerne mache und dazu kann ich dir extrem empfehlen, ist, wenn ihr Probleme habt, eine scharfe Cut-Crease zu machen, also das Lied auszuschneiden, dann sind diese Dinge ein Game-Changer, weil ihr wirklich eine perfekte Spitze habt, um damit die Cut-Crease zu machen. Wir starten aber tatsache mit der Lidschatten-Palette und hier sind neun Farben mit drin und unter anderem in schönen spannenden Blautönen und ein, ah, ist auch so ein irrisierender Glitzerton. Wow, das ist krass. Der hat eine durchsichtige Basis, jetzt seht ihr nicht mehr und dann kommt dieser blaue Schimmer mit durch. Wir haben einen schönen, ähm, helleren Ton, einen dunkelbraun und dann ein paar Schimmertöne, die sich sehr cremig anfühlen, die sich sehr weich anfühlen. Man muss immer so ein bisschen schauen, manche sind ein bisschen fleck, uh, krass. Der ist toll, der hat so ein paar Specs mit drin gehabt. Das sind recht besondere Texturen, merke ich gerade. Also, das ist nicht so typisch Lidschatten, nicht so ein Creme-Lidschatten, sondern das sind eher so Topper-Shades, das finde ich echt ganz spannend. Wir probieren mal was aus. Ich starte einfach mal mit diesem Braunton hier, um so ein bisschen Definition in der Lidfalte zu haben. Und so einen Ton kann man ja eigentlich immer gebrauchen, ne? Ihr habt immer ein bisschen Farbe da, ihr könnt damit schnell und einfach die Lidfalte verdunkeln und dann entscheiden, in welche Richtung ihr gehen wollt. Also, ich finde diese 9er-Paletten, da muss man wirklich immer schauen, dass die Farbzusammenstellung so ist, dass man daraus auch was Tragbares machen kann. Und in dem Moment, wo ihr so eine Farbe drin habt, habt ihr es geschafft. Sehr schön. Wow. Das ist ein richtig schönes, schokoladiges Braun. Ich überlege, könnte nice aussehen, ob wir jetzt hier mal in den Blauton reingehen und den hier ganz leicht mit reinblenden. Der ist jetzt nicht so krass. Wobei, wartet mal. Ah, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich bin gerade am überlegen, ob ich es mag oder nicht mag, weil das nicht so eine typische Farbkombination ist, ne? Blau zu braun ist immer sehr, sehr schwierig. Die ist ein bisschen pudrig, die Farbe, Tatsache. Und auch nicht ganz so stark pigmentiert. Dafür geht es jetzt, diesen Braunton auszublenden und nur so einen Hauch zu haben. Ist eine spannende Farbkombination. Aber Blau ist auch extrem schwierig, das hinzukriegen. Ja, man muss sich wirklich ein bisschen Mühe geben beim Blenden von Blau und Braun. Finde ich jetzt per se erstmal gar nicht schlecht. Ich würde jetzt ganz gerne diesen Ton erstmal hier als Base benutzen. Das ist so ein geflockter Ton. Und den setze ich mir jetzt erstmal hier rauf. Um so eine Definition zu haben oder so eine Grundlage zu haben. Na, da muss man den Pinsel ein bisschen nass machen. Dann wird der so ein bisschen cremiger. Und außen gehe ich hier in den Ton. Ja, die haben ein bisschen Fallout. Aber ihr seht, was ich meine, ne? Die haben eine Reflexion. Jetzt verdunkel ich mir das Ganze nochmal mit diesem Braunton. Und habe erstmal eine Grundlage. Was ich jetzt unbedingt machen möchte, ist in diesen Ton hier in der Mitte zu gehen. Schon krass. Also, die Texte ist ganz verrückt gerade. Weil das, hm, das sind nicht so typische Lidschatten-Texturen gerade. Das ist sehr, sehr lose gepresst. Und man muss so ein bisschen aufpassen, wie man sie benutzt. Aber sie haben ein echt nicees Finish. Ich blende mir mal den Rest jetzt davon hier so ein bisschen rüber. Und habe einen sehr, das wäre auch nice gewesen, nur diesen Glitterton hier so lose rüber zu blenden. Und dann schaut mal, wenn ich mich so ein bisschen bewege, seht ihr diesen Effekt. Hm, bin ich ein bisschen zwiegespalten gerade, weil es, also es sieht schon nice aus. Aber sie hätte ein bisschen besser, äh, fester gepresst sein können. Ist jetzt aber nicht so schlimm, weil wir an der Textur her jetzt nichts ändern können. Du hast aber einen spannenden Effekt. Ich probiere jetzt mal mit diesem Glitterliner, wie ein Eyeliner zu ziehen. Aber als Cut-Cris. Wisst ihr, was ich meine? Hier vorne. Ja. Ihr seht jetzt nicht mehr so viel, leider. Dadurch könnt ihr einfach die Cut-Cris so ein bisschen, hier, vielleicht seht ihr das hier? Oh, ja, der ist toll. So ein bisschen definieren. Also wenn ihr Probleme mit Cut-Cris habt, könnte das auf jeden Fall was sein. Ich gebe mir den jetzt wirklich hier komplett auch nochmal so ein bisschen rüber, weil der sehr, sehr schön funkelt. Also ich mag das ja gerade. Oder dieses Super Metallic. Hm. Gehe jetzt nochmal in den Braunton. Ist schon viel, ne? Ist schon viel. Wir haben aber auch den blauen. Ich swatch den einmal kurz auf dem Auge. Komm, wir ziehen uns damit jetzt einen Eyeliner. Du musst halt ein paar Schichten davon benutzen. Und dann... Also das ist halt das Problem bei Glitzer generell, ne? Dass du über den Glitzer wieder rüber malen musst. Okay. Also der Glitzer-Liner als Liner würde ich ihn jetzt nicht unbedingt benutzen. Das ist jetzt sehr, sehr viel auf meinen Augen, was hier los ist. Deswegen will ich, glaube ich, gerade gar nicht diese Glitzer... Komm, jetzt ist auch egal. Es gibt auch noch eine Glitzer-Mascara. Die würde ich jetzt nicht nehmen. Ich gehe jetzt einfach hier nur so ganz leicht ein bisschen durch meine Augenbrauen. Also, ich habe mir jetzt nochmal schnell einen schwarzen Eyeliner gezogen, weil ich glaube, dass es... Ich habe jetzt viel zu viel auf einmal gemacht. Was richtig schön wäre, glaube ich, ist nur dieser Ton in der Mitte. Dieser glittery, snowy Ton für so einen frosty Look. Das ist sehr, sehr editorial. Ich glaube, ich wollte aber jetzt einfach zu viele Farben zusammenbringen. Und es ist okay. So vom Allgemeinergebnis. Aber du musst ein bisschen aufpassen mit diesen Glitzerpartikeln natürlich. Es gibt noch einen Lipgloss und das ist der Lipgloss in der Glam Gloss für den ultimativen Glitzer-Look. Er riecht sehr, sehr gut. Das ist ein Fenty-Dube. Das ist ein Fenty-Dube. Kennt ihr diese Fenty Gloss Bomb Lipglosse? Same. Sehr schöne Glitzerpartikel mit drin. Uh, der macht die Lippen schön und der riecht fantastisch. Das war eine sehr, sehr schnelle Nummer heute. Ähm, ich bin so ein bisschen hin und hergerissen, weil die Produkte, also ich muss das, glaube ich, ein bisschen auftröseln. Einzeln sind die Produkte total gut. Du kannst mit den Eyelinern, kannst du die Cut-Crease verstärken. Du kannst die Glitter-Eyeliner nutzen. Du kannst die Glitter-Mascara nutzen, um Highlights zum Beispiel in deine Augenbraue zu setzen. Du hast sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten, die Produkte zu benutzen. Wenn ich habe jetzt den Fehler gemacht, dass ich probiert habe, alles irgendwie zusammen zu benutzen, dann ist das sehr, sehr viel. Im Allgemeinbild oder generell finde ich es gar nicht schlecht. Die Lidschattenpalette hätte vielleicht ein bisschen mehr gepresst sein können. Der Braunton war aber sehr, sehr gut und sehr, sehr schön. Also der ist ein super, super klasse Schokoladenbraun, mit dem man bestimmt sehr, sehr viel machen kann. Ich bin bei diesem Video sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wir haben auf jeden Fall einen Fenty-Duke. Das ist super gut. Den würde ich auch wieder benutzen, weil er die Lippen einfach sehr, sehr prall aussehen lässt und so ein bisschen reflektieren. Du kannst ja den natürlich auch verdünnen. Du musst ja nicht komplett so rüber gehen, sondern du kannst ja auch nur so eine ganz leichte Schicht nehmen und das dann so ein bisschen einklopfen und hast dann einen sehr, sehr natürlichen Glossy-Look. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Es ist nicht meine liebste L.E., bin ich ehrlich mit euch. Aber nur, weil ich sie nicht gemeinsam komplett mit allen Produkten verbunden habe. Wisst ihr, was ich meine? Also einzeln, top, zusammen ist es mir persönlich ein bisschen zu viel. Ich danke euch, dass ihr heute mit der Börber, die süßen Mäuser. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.